Das hier wäre lustig. Ah, na... Ach so. Ah, hupen. What the fuck ist das? Ach Gott, unsichtbar stelle ich mir schrecklich vor. Wett aus Skull. Spooky Limo. Wohnzimmer-Tapet. What the fuck? Woop. Oh ho, that was all the information I needed, my foolish friend. A revolving chauffeur. Of course, it is brilliant. I'll be a celebrity. My gift to you, Giorgio, is that when I take over the world as the best revolving limousinedriver, I will crush your precious limousine last. Solo! Oh Gott, der Blick von der... Giorgio was beginning to get the hang of this whole limousine for higher thing. Little did Giorgio know that a curveball was about to land in the back seat. Thank you, thank you, thank you. Are you, you're Giorgio? Oh, thank goodness you're here. Moment, das ist die. Hatte ich doch schon. Ja, hatte doch... Ich dachte, das wäre eine Story-Mission, ja. Wenn man das hier als Story bezeichnen kann. Moment, kann ich? Nee, da brauch ich immer noch... Ich will den Add Space da drauf haben, das kommt... Nachmacher! Wah-f! Charles Maximilian for Giorgio Manos, please hold. Hello there, my chatty chauffeur. I have a task that I need to attend to at my suburban getaway. I do it myself, but I'm stuck in the city attending these blasted meetings. If you could pop by and take care of a few things, everyone here at Maximilian Enterprises would be most grateful. I mean, we all know, the most important meetings have been on golf places. Whoa, I don't think I'm going to start with the cash stuff. Oh, these powers are all wrong. What a solid gold, not gouty mustard. Whoa. Oh boy, are those papers... in my heart? This is not too bad. Nobody messes with Charles Maximilian. What's your non-millionaire treasure? Their mailboxes? Good. Take care of those mailboxes for me. I'm going to drive back to my books. Good. Well, is there anything else? Hey, what the hell? Hey, Peer! I mean, run! I mean, run! Oh, oh. Oh, you're already out here. Bishop! Hey, Peer! Das dritte Mal diese Woche lebst du aber auch in einer Nachbarschaft. So, jetzt will ich aber gerne mal... Die Brücke kann ich mir jetzt noch locker holen. Meine Brücke für 20 Dollar ist doch ein Schläppchen. Was gibt's denn noch? Hotdog Dad. Umzugskarte. Okay. Ja, die Limousine hat Reifen. Wo man... Eigentlich bräuchte man doch so diese Rollen. Ich weiß nicht, ob mal jemand iRobot gesehen hat, aber da hatten die Autos doch auch diese Rollen. Also diese ballförmigen Reifen. Ich glaube, die könnten dann sowas vielleicht auch... Wäre natürlich immer noch ein Albtraum zu fahren, aber... Wieso wird das Auto eigentlich nicht von der Explosion mitgenommen? Hey, you! I'm so glad you called. So, where are we going on our date? Okay, okay. No pressure. How about we just start off simple? How about we go to the mall? It's just down the road. I heard it's the second biggest mall in Roundup. It even has a food court. Moment, willst du mit sagen, dass sie... Die hat doch sowas vor nicht angerufen, die spricht doch gar nicht. Ich find's... ...schrecklich, wenn Charaktere so tun, als hätte der Protagonist was gesagt, wenn der Protagonist eigentlich still ist. Oh! Wow! Ich füsste viel zu spüren! Oh! Oh, Mann! Vergesst Ego-Shooter! Das ist das gewalttätigste Spiel überhaupt. Dann fährt ihr immerhin gerade durch den Einkaufszentrum. Mit der vollen Absicht, Leute zu überfahren. Mutaler als GTA. Ja. Die Rollen würden das Gewicht der Reifen nicht halten, da bin ich überfragt. Ich kenne mich nicht mit Autos aus. Ich liebe diesen Ad. Ja, ich liebe diesen. Lass uns ins Park und relaxen. Ach, jetzt ist der Stream schon wieder abgerissen. Warum? Warte, bei Warframe vorhin auch kein Problem. Reconnecting. Ah, ist der Stream jetzt wieder da? Ja. Ich sehe wieder nur ein Standbild auf Hitbox. Äh, ja. Ich weiß nicht, warum das so problematisch ist hier. Warum hat es eine ganze Stunde, äh, ja, eine Stunde lang funktioniert? Moment. Ah. Ich kann hupen. Bringt das irgendwas? Von wo fahre ich überhaupt hin? Ich liebe dich. This place, ducks, trees, I feel like I can really be myself here. Thanks so much, Giorgio. You're real special. Call me soon, okay? Oh my goodness, you've come at just the right time. Shhh, look, it's an incredibly rare straight-lurping hovereagle. Nobody's seen it in 50 years. Quick, we need to tag it before something bad happens. Follow that eagle. Dieser Vogel wird nicht überleben, oder? Oh my God, look at that majesty. What a noble creature. Da drüben war Money. Das will ich mir jetzt aber holen. Schadet zwar meiner Bestzeit, aber fuck it. Money. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Alle, die Lina tragen. Okay, ich denke, das tut es. Wow, schau mal an diesem herzlichen Zoll. Wow. Dankeschön, Giorgio. Das Parks-Departement und Natur bedanken dir. Ich sehe schon die Bild, wenn ein Unfall passiert, ein Spiel mit dem Namen, das Spiel, das du gerade zockst. Ja. Die Bild würde sowas glatt bringen. Den schwedischen Touristen? Den schwedischen Touristen? Oh, shit. Oh, shit. Ich muss mich in die andere Richtung umdenken. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich muss mich in die andere Richtung umdenken. Toch. Eh, nein. Ich muss mich in die Zockergräße stellen. Wattabie… Wattabie… Oh, da war eine Wand. Ah, ich sehe da wirklich einen Scheiß. So. Aber keine Wand, aber ein Abgrund. Auch wenn der nicht tief war. Also bei den Sachen, die diese Limousine übersteht. Ja, ja, das ist noch nicht richtig. Bist du eine Joke an mir, Georgie? Socker, Fibis. Boom, boom. Ja, ja, der Saka-Grass. Das hat dir sehr lange gedauert. Danke dir, Georgie! Was zur Hölle ist das? Mit den Schrägern? Achso, mit dem Besch... Mit dem Besch... Ja, mit dem kann ich... Ah, ja. Okay, aber es... Er hat nichts da, dass ich nicht meine Fähigkeit nutzen kann. Hey! Ich bin glücklich, dass du mich aufhören könntest. Könntest du mich zum Bus-Depot geben? Oh, Georgie... Ich weiß... Es ist schwierig, mich zu Hause zu gehen. Aber... Wir können diese letzte Runde zusammen haben. At least für jetzt. Let's go, Giorgio! Ich finde Daph super. So fahr ich gerade einfach so. Okay. Guck, die sind wiedermehr. So fahr ich eigentlich einfach so. Die sind sicher... Das ist nicht grob, ich. dé, nee! So fahr ich einfach so... Oh, nee. So fahr ich einfach so... Man, du kennst die Zeit, wenn wir in das Parken... In dem 만�uchst du? Good times, Giorgio. You should come visit for a weekend. I hear they even have a new revolving guy, just like you. Well, he's French-Canadian, but hey, you can't have everything, right? Yeah, just here at the depot. You know, you could come with me and move to the city. I mean, I'm sure you'd just swell in the big city, and I'd- Well, it's kind of selfish, but- I'd really just like to have you all to myself all the time. If you ever change your mind, give me a call. I'll be waiting, at least for a while. Kid, you're a sight for sore eyes. Does this mean what I think it means? Fantastic! Well, kid, I think it's time we moved on to some bigger fish. Let me show you the way into the city. You're gonna love the city, kid. Fast streets, fat business in the wallets. I'm telling you, it's easy street. Wow. Oops. Oh, yeah. The highway construction. Kid, it's time to break some rules. Ready to take your driving to another level? Oh, now I can jump. Nice work. Now, this last step is all up to you. Just drive through that tunnel to roundabout city. Once you get through, come meet up with me. We'll take on this town together. Okay, here are only the challenges. Yeah, these are not really bad. Okay, here are only the challenges. Or do they do something else? A little bit on the walls, why not? Okay. Okay. Not bad. Oh, damn fancy limousine. I knew you'd come around, kid. Look, I've got the perfect plan. Just take me to Chinatown and I'll take care of the rest. Just follow the arrow, Giorgio. Man, this kid sometimes. It's condition. Save yourself. Just up here in the alley, kid. Nice one. You and me, kid, we're gonna go far. Stick with me and this city will be yours inside of a week. Leo, just the man I need. I've got a job that only your hands are good for. Look where you're going. Look where you're going. Look where you're going. Hi, quick, quick. Let's get going. I've got to get to City Hall. It's a matter of life and death. Go. Okay.